Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, so der Titel eines Romans von Peter Handtke. Wieso eigentlich? Warum nicht Vorfreude? Immerhin kann der Keeper in wenigen Sekunden zum Helden werden. Das beweist unsere schwarz-gelbe Top 5, der besten parierten Elfmeter in der Bundesliga. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter in der Bundesliga. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter in der Bundesliga. Die Angst des Tormanns beim Elfmeter in der Bundesliga. Musik 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 Musik